jo liebe freunde und herzlich willkommen zum zweiten video an diesem tag wie ihr vielleicht mitbekommen habt wenn ihr das vorvideo gesehen habt haben wir ja gerade ein zwanziger revolver case opening gemacht und ja ja die skins grad so im wert fallen wollte ich euch doch da mal wieder entgegen kommen denn ich würde gern mal wieder ein give away machen und zwar von der statrack 5 7 retribution in minimalware sieht so aus sieht eigentlich von meinen augen aus recht geil aus ja kann man nichts dagegen sagen davon ein paar kratzer und dazu das überlegen was können wir denn noch dazu dazu gibt es dann noch eine 5 7 monkey business oder business besser gesagt und das könnt ihr alles gewinnen ein gewinner ja nichts weiß sondern ein gewinner und alles was sie dafür tun müsst ist einmal den abonnieren button zu drücken und ein kommentar unten rein schreiben ja das gewinnspiel läuft bis zum nächsten samstag das ist dann der 19 dezember bis dahin habt ihr zeit ein kommentar unten rein zu schreiben völlig egal was und dann wünsche ich allen jetzt schon mal ganz viel glück und wir hören uns dann am 19 dezember noch mal bis dahin tschüss